Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Warum lehnst du meinen Crew meinen Missionsvorschlag ab? Hab ich nicht aber angenommen Nochmal? Warte auf Antworten Also wie ihr seht da unten ist auch Rebrr aufgelistet Das ist Robert Ja, aber er ist aktuell nicht im Spiel deswegen ist da so ein Schloss vor ihm Und so